Das sind 300 Kilometer rund bis Dortmund, ne? Ja, Frank, du musst anwarnen, das ist ohne. Ja, Miri, jetzt. Ohne, lass ihn kommen! Gut. Oh, nochmal. Platz. Ja, ist auch okay, aber. Super. Nö, nö. Nö, nö. Wie mach ich das so? Nö, nö. 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 Miri, normalerweise hat du hinter den Hund. Ach so. Das ist ungesund. Mach das nicht. Na, praktisch. Du, mein Schatz. In der Wirklichkeit kommen die denn. Nö, nö. 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 Könnt ihr es bitte festhalten, dass der weiche Franzose sich nicht hinter mir versteckt? Nö. 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 Nicolette, jetzt kommst du zurück, das ist ihn jetzt allein. Lass ihn noch mal sehen. Bärbel, als Loshund solltest du den Jungen nehmen. Der sieht jetzt aus, als wenn er eine Mischung aus Hund und Brume darf. Der sieht jetzt aus, als Loshund solltest du den Jungen nehmen. Das ist schön, als wenn sie die Mischung aus dem Jungen nehmen. Weittil wenn er mit einem jungen H타� 카F age tão depressiv hat, als wenn er eine Mischung ausgeht. Da gibt es auch welche, die gehen die Deiner hin und verhangen anderen zu sehen. Sie nimmt das Ding gar nicht ernst. Das ist wirklich bei dir. Das ist wirklich bei dir. Das ist wirklich bei dir. Fix! Ich denke schon immer, sie kommt wieder zurück, aber sie herkommt. Ja! Sitz! Ja! Bleib! 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 Du, Fein! Such voran! Such voran! Such voran! Wo ist die Ente? Such voran! Such voran! Such voran! Wo ist sie? Die Ente ist noch voran! Fein! Bring her fort! Bring her fort! Hier zu mir! Hier zu! Zu vier! Sechs! Voran selbst! Gut! Und dann eben einmal noch bei! Ja, merkt man! Neun! Neun! Schau! Schau! Zwei! Zwei! Ja, ich schreie! Ich hab mir jetzt dokumentiert, wie ich mein Telefon verloren habe und es muss hier wieder finden! Zwei! nochmal! Ich hab mich schon Ben, funktioniert es! Fängst die! Er ist ganz schön! Genau, ich hab immer noch was ihr salvationbeche. Lass uns spür es, geten! Lass uns alleine morgens essen, oder auch wie man ihn haben soll. Tö fluct. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020